Es standen 6 Discards in der Battle Pack 2Glory an und ihr als Community habt entschieden, welche Position wir nehmen. Es gab auch Battles und ein Mann hier hat kranke Icon Player Picks gezogen. Ich distanziere mich auch wirklich mittlerweile. Ich schäme mich wirklich. Der Account, ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich dafür mittlerweile. Däub' ich nach oben da lassen und ein kostenloses Abo für die 1 Million Special. Gib ihm. Das war das Team, der Chat, Digga, ich bin, also Hopp, Barisi war krass hinten drin, der würde mir auch wehtun heute. Ich meine, wenn du mit dem Team 10 Siege holst, dann würdest du sagen, okay, der ist noch stabil. Ja, das ist das Ding. Aber du hast ja mit dem 100 Millionen Team 10 Siege geholt. FITNAH! Das war aber das Team, also Chat war da. Heng, guck mir am Link, das hast du nur gesehen. Okay, Game of Network, wie viele Spiele der gemacht hat. Hm, ich los jetzt rein. Ah, krass. Was war das für eine Welt? Ja, der wurde ja aber zurückgesetzt. Das hat ja nicht gezählt, das ist ein Bug. Aber jetzt mal ganz kurz, ohne Fitna, ohne dies, das. Ich bin mit dem Chat wirklich ehrlich durchgegangen. Selbst vorne, dieser Butra, müsste eigentlich raus, weil ich mit dem die Evo gemacht habe, der wurde immer nur eingewechselt. Selbst der müsste eigentlich raus, ich stell ihn dir rein. Ja gut, das war am Ende der Mann-Charakter, natürlich muss der rein. Da war drei Spiele drin am Ende. Die war auf Statistik, nee, Butra. Der wurde ja immer eingewechselt. Ja und, aber am Ende hat er die ganzen Hütten gelegt, weil er gespielt hat dann. Das ist auch Quali, du Eumel, ich mach ihn rein. Ah, hat er 24 Spiele Quali gemacht, oder was? Nein, aber er ist ja auch eingewechselt, aber er hat auch Squad Battles gespielt, du Eumel. Ja, wie in zwei Spiele vielleicht gemacht. Bist du, ich musste mit dem in fünf Tore schießen. Und das hast du in einem Spiel gemacht? Zwei Mal. Ja, also sind es in zwei Spiele. Sind es zehn. Was für zehn? Zehn Tore, wie es geht doch um die Tore. Ja, und die hast du in einem Ding gemacht, Squad Battles, zwei Spiele, zehn Tore reingefußt. Ja, aber trotzdem, geh wirklich da komplett durch. Ich stell ihn vor da rein, ich stell ihn vor da rein. Ja, ey, das ist Fettner. Ich stell ihn vor da rein. Genauso wie ein Kimmich, ich höre nur, Kimmich ist geil, Kimmich ist geil, so gut kam ich den zurückgeholt. Aber wann wurde er denn gewechselt? Und er muss jetzt ein Kimmich auf der Bank, Digga, was ist das? Nach Wimelspiele wurde er gewechselt. Und jetzt hör mal, ich höre schon Kimmich, sitzt auf der Bank, nie gehört, dass er Kimmich gespielt hat. Nach wann wurde er denn gewechselt? Seid ehrlich, seid ehrlich zu euch selbst. Der hat 17 Spiele gemacht, den habe ich doch erst die WL. Den reich scheiß Ramirez. Ich sag, Betrug gegründet hat. Nein, ich bin sogar ehrlich. Ich bin ehrlich, genau wie Mark Hestford hinten drin. Wie viel Spiel hat denn Kimmich schon gemacht? 17 Spiele. Ja, Kimmich hatte ich aber auch schon länger. Ich stell ihn dir doch meine Dinge wieder rein. Also was ich raushöre, müssen wir eigentlich nur für Waldo treffen. Und Budra vielleicht. Ja, Budra, Digga. Ja, aber ein, also Budra und er auch. Ja, da ist ein Todi, da kommst du, da sieht man sich ein Todi hinterher, schiebst ihn hinterher. Budra wäre respektlos. Ich habe mich so abgestrammelt für die scheiß Ego. Ja, ich sag ja, das wäre halt der Pain, der kommt, ne? Und ab jetzt liegt alles bei euch in der Hand, was ihr damit fabriziert. Also sechs Discards. Kann ich mich ein bisschen wenigstens wieder gerade hinsetzen oder sowas? Ich habe mich jetzt ehrlich zurückgelegt. Sechs Discards stehen bevor. Einfach, weil er mir gerade so im Kopf hängt, mit dem rechten Mittelfeld an. Das wäre doch mein erster Pick. Ist eingeloggt. Boah, scheiße. Linksverteidiger. Aber zwei. ZDM würde ich, glaube ich, noch mitnehmen. ZDM? Ja. Rechtsverteidiger nehme ich noch mit. Torwart nehme ich auf jeden Fall noch. Da ist irgendwas, was wehtut, aber nicht was komplett reinschallert. Einer habe ich noch, ne? Ja. Linksverteidiger hatte ich schon, ne? Genau. Soll ich wiederholen, was weg ist? Ja. LV, ZDM, Torwart, RV, RM. Ich sage sogar, du hast nett umgestellt. Also, du hast vorne, ich sage sogar, du hast die gelassen. Boah, nehme ich rechter Stürmer? Nimmst du den Ketten? Ich nehme rechter Stürmer noch. Kann ich gucken? Kannst gucken. Der rechter Stürmer ist gut dran, ne? Der ist weg. Der scheiß Rivaldo hat wieder überlebt, Digga. Der scheiß Rivaldo hat wieder überlebt! Ich schwör's euch, das ist euer Ding! Das ist euer Ding! Das ist euer Ding! Das ist euer Ding! Ja, wer ist denn? Aber... Ja, die Bank, alle, Rechtsreserve und Stürmer. Das ist euer Ding! Alle, hab ich geil rausgedreppelt. Das ist euer Ding! Hab ich geil rausgedreppelt. Na, Timo, ihr habt das so abgestimmt. Ihr habt das so abgestimmt. Jede einzelne Position. Also, ich sag... 100% Chat! 100% Chat! Hau ab mit Timo! Hebt die Hand, hau ab! Linker Innenverteidiger wäre ich nie gegangen. Also, da waren jetzt die letzten Zeiten, stand Riesa Rivaldo immer Linker Innenverteidiger. Niemals! Da wäre ich niemals hingegangen. Es war so eindeutig, Digga. Es war so eindeutig! Wie bei einem Pick, der reinschallert, ne? Na, was? Oh, das am Brotkasten war auch so gut. Ich habe ja keine Verteidigung mehr. Ja, perfekt. Gerade vorne aus dem Pass abgeholt. Ey, scheiße. Ich habe ja gar keine Links- und Rechtsverteidiger mehr. Ja, Ronaldinho, ne? Das war ein Discard war Ronaldinho. Ja, ja. Und Budra muss da. Digga, Chat, Budra tut so verdammt weh. Weil ich den die ganze scheiß WL ja kimmelisch, aber dann hört es auch wieder auf. Scheiße, und den hätte ich jetzt gebraucht. Der hat mich diskartet. Nee, der ist sick. Digga, Budra. Hab ich die ganze WL mir einer abgerödelt, bin in scheiß Squad Battles rein und war stolz wie Bolle, als ich die letzten zwei Spiele oder drei Spiele mit der Karte gemacht habe und gesagt, Digga, ist die geil. Ja, ist korrekt. Deswegen bin ich froh, dass der noch getrunken wurde. Das ist hart. Und kein Mbappé. Digga, das ist so hart, ne? Ja, Lucio e.V., den habe ich mir auch dann jetzt ein bisschen rausgespielt, aber... Da könnte so wirklich wieder ein Banger mal rauskommen, ne? Das ist ja dann tief. Wir sind doch für Banger, oder? Wenn du willst ihn haben. Natürlich. Nee. Ah, oh, aber du gehst mit dem Abedi rein. Das ist crazy. Ja, dann ist wieder Nistelrohr hinten dran. Nee, Diego Carlos. Der ist wirklich... Scheiße. Das ist aber auch respektlos aus dem 95er. Der ist... Ja, egal. Du kannst nicht mal auf LV spielen. Vielleicht kann die was. Und Abedi Pelé, ne? Es ist auch klar. Da machst du halt auch gar nichts. Kann aber Bombastair was? Wer in LV war, Bombastair 55k? Kann die was, Chat? Ich frage für einen Freund, der einen leeren Account hat. Oh, und Kanté ist auch dabei, Chat. Von Nessleroi. Ich schwöre, dass ich ein Kanté ist ja noch zeitgemäß. Ich frage mich am Weg, ich kann mir da was Vernünftiges rausziehen, Digga. Was ist das jetzt? Toady. Slack Alistair. Oh mein Gott, Digga. Hä, wo ist jetzt dein Garantäler? Oder ist der Sosho dann angezeigt, dass du ein falsches Pack aufgemacht hast? Ich hab nix falsches aufgemacht, oder? Digga, das ist ja einmal die komplette Palette von deinem Muck an Müll, dass die Packs geil sind. Das ist ja nochmal da. Ein California Girl. Mit nem Toady. Gibt's nen Van Dijk? Gibt's nen Van Dijk, Chat? Wau, ich Cristiano Ronaldo! Aber er ist wahrscheinlich leider outdated. Aber geil, ich nehm nen Cristiano mit, Chat. Scheiße, dein Account kommt, Digga. Wau, ich Cristiano Ronaldo! Der kommt ja so um die Ecke, gerade gibt nur mal die Packs auf. Vielleicht kann der auch noch was. 244k. Damit du jetzt der teuerste. Ich sag, ich spiel'n CR7 vorne. Und dir nen Pelé bringen und nen Benzema und wie sie alle heißen da rausbrodeln und leben und lieben, ja. Oh, Moani ist aber stark. Und Diego Carlos! Jetzt hab ich auch noch nen Kono Moani. Ich glaub, er war wieder besser als das andere Pack. Kono Moani, das verkehrt. Was besser ist denn da? Wo ist es denn, Chat? Komm, rein da. Äh, 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 ja! Wichtig! Gary Benzema! Wichtig! Aus der Hölle zurück! Wichtig, den spiel' ich vorne drin. So Bock auf den. Mann, anderer Chat. Man sieht mal was anderes. Safe stell' ich den vorne rein. Ich sag, die werden mich halt enttäuschen. Benze, dankeschön. Oh mein Gott. Digga, also bei denen der Pack hast du ja echt kein Glück, ne? Da geht ja echt gar nichts bei dir. Ich hab 725.000 diesen Verballer. Da geht ja gar nichts bei dir. Gehen wir ins Draftchen rein, oder? Wir gehen rein. Och, ich hab doch aber in letzter Zeit keinen... Subchat, Emote-only, Dreier-Disziplin. Gewinner kriegt die ganzen Picks, Packs, plus 12.000 FIFA-Points. Verlierer blind. Okay. Emote-only, Extra-Punkte. Fudi, 4-2-3-1, Mia-Ham. Neues Team. Alter, ich geh mal wieder ganz klassisch mit zu einer hier. Einfach mal wieder klassisch, Chat. Ich wurde in letzter Zeit nur enttäuscht. Komm, ich bin im MS. Und es kann auch hier sein, dass ich enttäuscht werd. Ne, ich nehm die mit. Ja, Gautschon, packe ich ein. Oh, popp, die Legende! Alexandre, popp! Ich bin bei Draft, zeig ich euch ganz ehrlich, was... Pff, Zaniolo nehm ich mit. Oh, Baleck! Was für Formationen sind da noch gut? Ich sag, gibt's nicht mehr. Ist es vorbei? Guck dir das mal an. It's over. It's komplett over schon wieder. Test ist schon wieder over. Digga, was soll das denn? Bayern-Ito noch! Sind ich aber mit? Für die Fitner nämlich nicht mit. Hier, Wiedic. Oha! Fußbruch der Arme. Wie hätte er das eigentlich geschafft? Im Testspiel oder was, Ido? Ist doch krank. Arme Sau. Das ist krank. Hier die Bank hinten drauf noch. Ich geh nach meiner Startelf mit einer 91. Oh, neues Team. Extra Punkt-Chat. Der Erik! Weil du am Helden bist. Erik. Rein da, Erik. Erik. Rein mit dir, Erik. Oh, ich muss den schon mitnehmen. Komm, vielleicht komm ich jetzt durch die Bank so ein bisschen. Den Hammern da. Oh, ich muss eigentlich den Kaka mitnehmen. Safe Kaka mitnehmen, Chat. Pili Strik kann doch auf RM. Kann ich nämlich den Move hier machen. Oh, Leroy Sané. Für LM. Ich mitnehme erstmal. Komm, ich brauche noch einen extra Punkt, ihr Leitz. Barnes, Junge! Hopp! Ja, ich bin Barnes mit. Stinknormale Barnes. HSV, Dankeschön. Oh, extra Punkt! Goretzka, altes Team. Neues Team. Altes Team. Neues Team. Besser integriert. Birgit! Altes Team. Tja, das bestätigt. Kann ich denn jetzt den noch was? Was hab ich denn noch hier? Ich muss ihn halt mitnehmen. Ihn mitnehmen und da hoch. Die noch mal rein. Oh, nett wird. Pack ich auch ein. 95 steht. Das ist halt schon wieder krank. Digger, ich ratte mittlerweile diese 95er da runter. Da komm ich niemals hin. Da komm ich niemals hin. Ja, wichtig! Da komm ich niemals hin, wird er. Kuhmann, rein mit dir. Scheiße. Ja. Wichtig. Safe, wenn überhaupt Verlängerung. Wenn überhaupt Verlängerung, Chat. Wenn überhaupt. Ja, es wird nicht reichen, weil ich keine Drücke hab. Äh, äh. Dank, oder not? Geil! Kranker Shit. Geil! Ohne Extrapunkt! Es wird da geisteskrank. Ei, hab nicht mehr. Ding ist over. Das hat man schon gemerkt. Das am Anfang. Wichtig! Wutsche gange. Ding ist over. Hab nur einen Extrapunkt gekriegt. Wichtig. Geht's direkt ins Game rein. Jungs, Abstimmung. Machen wir normales Game gegeneinander, normales Game Überraschungsball oder Wolter gegeneinander? Wo gehen wir rein? Äh, Wolter Football? Ne, du musst doch. Doch, doch, stimmt. Hausregeln? Ja, stimmt. Da bin ich auch immer Überraschungsball. Überraschung, 5 gegen 5. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Darmstadt! Verhalte ich die? Ne, ich Poker, ich nimm sie nicht. Pokers? Ja. Alter, gar kein Fall. Boah, ich Poker aber auch nochmal. Ich hätte Darmstadt besser behalten, Alter. Fuck, einen halben Start. Ja, ich schnack das! Nein! 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 Einen halben Start! Nein! Das hab ich schon nie gesehen. Digger, warum hat ein Mensch immer so viel Pech wie ich? Das hab ich schon nie gesehen. Warum hat ein Mensch immer so viel Pech wie ich? Einen halben Start hat er den Zimbo. Zimbo, ich kann das nicht mehr. Ich hab einfach Pech bei Spielen. Einen halben Stern. Wie kann ein Mensch so viel Pech haben? Ab nach Leilat. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Digger, wie kann man so viel Pech haben? Ich schwör's dir. Good luck, bro. Good luck. Wo ist mein Mr. Singh? Ach, du Scheiße. Spielt's ja wie ein Baum schon, der Typ. Gut. Ich bin für die Scheiße. Was? Ich bin für die Scheiße. Ja. Und dann? Oh ich bin für die Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Und dann? Bisschen? Ja! Guck mal, er wird getunnelt, Jett, er wird getunnelt. Ist das krank? Digga, wie krank war das? Ich bin achtmal am Ball. Wie krank war das gemacht? Ja, krank bin ich am Ball. Schuss finde, Digga, Schuss finde. Da hast du dreimal das Lächerliche gestochen, ne? Ja, ich war dreimal am Handel dran. Ah, meine Trainer-Truppe, die kann ja nix. Och nee. Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Uh! Unmöglich für den Team. Uh! Ist das geil! Digga, ich krieg mal eins! Guck mal. Oh, fuck! Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Ha! Ja! Es dreht sich rückwärts! Ne. Nee! 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 Ja! Nein! Und jetzt mach ich jetzt ruhig Beton an! Warum kriegt der der auf einmal den All-Boost? Ja, so wie du sie immer kriegst! Jetzt ruhig Beton an in Defensive. Nein! Was? Merde bitte! Merde Abi! Ja! Ein halbes Sterne-Team-Chat! Halbes Sterne-Team! Jetzt hatte ich mal das Glück! Halbes Sterne-Team-Chat! Mit einem halben Stern gewinne ich dieses Battle! Ich fasse es ja nicht! Ich fasse es ja nicht! Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal einen All-Boost hatte in dem Spiel! Ich weiß es gar nicht! 24% auf Simo! Boah, es geht ins München! Ach nee! Es geht ins Münch-Nippen! Aber ich sag ehrlich, ich hab auch Bock auf Münch-Nippen! Kann man mal Wattball-Boost machen oder sowas? Können wir auch Best of Swim machen! Wir spielen drei bis drei Mal, das Ding so passiert ist! Ja, ist gut! Schnick, schnack, schnuck! Ich geh direkt rein! Leg direkt vor! Jaaaa! Mental! Mental! Der Typ macht daheim nichts anderes! Schon wieder durch das Game! Ihr! 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 Jaaaa! Das ist geisteskrank, ich schwöre es euch! Punkt für mich! Jaaaa! Scheiße! Scheiße! Sollen wir neu aufstehen und neue rum, oder soll ich noch mal weitermachen? Machen wir da, machen wir da! Fakt aber schlecht, Chip! 1-0! Jaaaa! Wie kann man denn dreimal hintereinander in den scheiß Glas reinschnippen? Jaaaa! Das ist krank, Chat! Der macht 3 von 3! Achte! Geisteskrank! Das soll ich ja machen! Let's go! Ja, dreimal hintereinander! Ich schwöre es euch, Chat! Da machst du nix! Ja, da machst du blind rein! Da machst du nix! Hier geht's so rein! Als hätte ich die Muskout schon mal auch gehabt! Jaaaa! Einem steht noch kein bereits im Besitz! Okay! Es sind 4 Stück! 4 Stück! Kommt dann nämlich die Nummer 4! 4 für Lifestyle! Mach auch! Nee! Okay, ich öffne, ne? Mhm! The one and a few! Ist er aufgemacht? Ist er auf, ja! Ach so! Okay! Ist irgendwas gescheites? Scheiße! Hatt ich nicht bei den letzten Playerfix immer die 1 genommen, wo dann gebumst, weil Filet auf der 3 gehockt hat? War das nicht so? Keine Tipps! Aber ich bin der treue Tricks da unten die 1! F***! Darf ich gucken? Alter, geil! Ich sag auch! Geil! Ich sag auch! Geil! Alter, f***! Der saustage nämlich selbst! Ich sag, der Chat hat voll gehatet, aber ich sag für dich ist der perfekt! Hä, der ist richtig geil, Chat! Ist das auf, oder? Ich bin ehrlich, kann ja keiner helfen! Kann ja keiner helfen, bin ich ehrlich! Das ist Müll! Müll! Nämlich die goldene Mitte 2! Geht, dann... Kann ich ja nur noch Müll! Ja, Müll! Aber ich sag immerhin, Pikwi! Als Abräumer! Seil! Ich weiß jetzt halt nicht, ob er besser ist als Xabi Alonso, aber... Sechser besser als Alonso, sag ich auch! Hat halt auch wieder hoch hoch, glaub ich, hab ich grad gesehen! Ja, aber wir testen mal! Das muss ich auch noch aufmachen, das Garten! Das musst du riskarten, ja! Okay! Äh, äh! Gib ihm den Bruch, den er braucht! Ne! 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 Fick! Ne! Digga! Mein! Alter! Nein! Habt ihr denn gesagt, die sind Moch? Habt ihr denn gesagt, die sind Moch? Alter, das wird die Lösung! Die Lösung steht vor dir auf dem Bildschirm! Chat, ich hör's euch! Ich sitz doch nur hier, um immer einen Tritt ins Gesicht zu kassieren, oder? Ich sitz doch nur hier, um immer einen Tritt ins Gesicht zu bekommen! Wir gehen ins Draft Battle rein, ich krieg einen extra Punkt! Er da drüben! Baut ne 95! Auf Lock! So! Boah! Wird geballert! Wir gehen in die Volta rein, ich krieg ein Team mit nem halben Stern! Mit nem halben Stern! Wir treten doch die Saison! Tschüss! Nichts Angebot! Raus! Mann! Wow, Tiger! Wow, Tiger! Schnapp ihn dir! Wie hast du abgeliefert mit Goretzka? Okay, guck, wir gehen rein! Cooler Tiger vor Lala! Ist das oder was? Ja! Hab ich schon nie im Verein gehabt, kann das sein, oder? So, aber hier würde ich gern R3 machen, weil hier hab ich so was ganz Großes im Piss. Ich hab hier was ganz Großes im Piss. Hast du weg? Ja, natürlich! Warte, ich weiß, hab ich gedrückt noch? Hab gedrückt, ja! Das ist doch nicht klar! Wow, Tiger! Ein Stolchi, aber den hab ich schon, ne? Das ist kacke! Findest du Stolchi wirklich so kacke? Das ist nix, oder? Chat, wie findet ihr Stolchi? Findet ihr den so kacke? Jaaaa! Digga, was? Jaaaa! Jaaaa! Wie krank ist Bobby Charlton, Digga? Hat der mich die WL schon hergespielt? Fuck, er ist krank! Hat der mich schon hergespielt, die WL? Ein Bobby Charlton, ne? Der Mann ist so wuselig! Fuck, er ist krank! Wir gehen noch weiter, ne? Er ist krank! Jaaaa! Wow, Tiger! Die Chart ist krank! Wow, Tiger! 500k kostet der immer noch! Und wie gesagt, in der WL hat er mich so oft gepumpst, weil er so wuselig ist, der Bray! Ja, der sieht stark aus! Weil er so wuselig ist! München ist es! Ah, ja, Deo! Dankeschön! Oh, mit zu? Ja! Digga, was? Digga, was zieht der denn da? Digga, was? Was zieht der denn da? Digga, woher? Woher?! Woher?! Das ist einfach, du unfair, Jack! Das Leben ist unfair! Ich schwör' euch, das Leben ist unfair! Woher?! Woher kommt dieser Maldini?! Als hätte er, als hätte er... Junge, was ist das?! Als hätte er nicht schon die beste IV im Ganzen... Zwei Millionen, Digga! Was?! Ich kenne den da noch! Das ist krank! Digga, es ist krank, Alter! Junge, was?! War denn das für Picks?! Junge, was waren das für Picks?! Beide Picks aufgemacht und beide packe ich mir rein! Beide packe ich mir rein! Aber ich sag' dir, dann fliegt ein Stolche raus! Ja, da sind auch noch eine Ribarie unten hier rum! Und sind da mittlerweile Kakas! Und ich hol' mir den Bobby vorne in den Sturm rein! Kranke Scheiße! Bist du bereit, Sebo? Ich bin da, ja! Mit Auge oder ohne? Bin da! Pelé wird's halt nicht, aber... Spanier, Z.O.M. Ist das jetzt ein Olmo? Danni! Ja, Diego Carlos! Galitos, Dankeschön! Galitos! Kuss! Kuss! Ich wurde mich jetzt immer enttäuscht von denen! Simbo! Ja, wirst du auch da wieder enttäuscht! Aber es ist ja nichts anderes da! Ich mein, wo brauchste denn was? Wenn du mal ehrlich bist! Ja, Digga, ich wurde wieder enttäuscht! Warum mach ich das auch? Warum höre ich auf dem Chat jedes Mal? Beide Pelé! Ach, da war wahrscheinlich ein Tom Dijk! Nee, ich sag' Mbappé noch! Oh Gott! Hansen geil, aber die ist halt... Oh Gott! Bringt halt nix mehr, ne? In deinem Star Ensemble küsst dein Herz, Niklas! Ich bin schon seit dem ersten Studio, als Ronaldo gezogen wurde! Mach es! Mach es! Was? Diego Carlos! Ach du Scheiße, Alter! Ja, Ruf van de Slorooy! Sah aus wie ein ganz Große, ist ein ganz kleines Stinker hintendran! Sah aus wie ein ganz Große, aber es sitzt ein Stinker hintendran! Hätte aber heute noch reingepasst in dein Profil! Lass mich jetzt jetzt hängen! Was ist denn das? Sopperschleifen? Ja! Komm! Komm! Kein Abidi! Fahr hoch ins Regal! Oh! Was?! Oh! Ich hab irgendwie gedacht, Inaki will den, ich weiß nicht warum! Ich hab nur die Haare gesehen! Ich hab nur die Haare gesehen! Wie gesagt, meins ist auch noch nicht umgebaut jetzt, ne? Ich muss dann am Freitag noch umbauen! Viel Fitna dabei gewesen, war wieder alles dabei, was man gebraucht hat! Bis zum nächsten Mal!